hallo grüßt euch zu den kanalnews heute am sonntag den 21 april 24 news ausgabe nummer 16 in diesem jahr und auf diesem kanal oder andersrum völlig egal cool dass ihr da seid schauen wir doch mal heute rein wie übliche news am sonntag was war diese woche alles auf dem kanal so alles los auch in bosch update kam kein großartiges was aber in vielen eurer kommentare sehr emotional bisschen naja behandelt wurde schauen wir uns heute news auch noch mal ganz klein bisschen an aber auch was war generell los und da gehen wir schon mal rein in die aktuelle woche auf dem kanal am montags video hier aus der laberecke eine kleine folge zum thema die angst um das ebike systemgewicht was heißt angst eher die grundlagen des ebike oder bike systemgewichts ein ganz ganz wichtiger baustein den man vielleicht beim bike kauf sich vor dem bike kauf ganz dringend überlegen muss wo man da eigentlich hin muss nicht will muss oftmals sind einfach viele faktoren vom systemgewicht noch mal für all die die folge nicht gesehen haben aber könnt ihr auch stecken ecke oben als unten in der beschreibung systemgewicht ist einfach das fahrrad komplett mit euch drauf also sprich die systemgewichten liegen im regelfall zwischen 130 kilo bei normalen fahrrädern und ebikes gehen aber auch locker hoch bis 150 160 170 kilo systemgewicht was kein problem darstellt allerdings halt wesentlich massivere fahrräder nachher sind auch so weit klar natürlich aber wie gesagt dieses systemgewicht ist kein punkt wo euch abgenommen wird sondern müsst ihr einfach entscheiden einmal grundfaktor und angenehmste thema thema fahrergewicht habe ich schon mal als fahrer in gewissen anteil von diesem gewicht dann muss ich auch vom systemgewicht einfach eine idee höher gehen und mal nachschauen was ich da für ein fahrrad einfach brauche aber auch thema fahrschlisch abhängig thema gelände wann wie und wo ihr fahrt ist da ein thema deswegen diese folge am montag war bei euch auch in den kommentaren relativ schilig durchgelaufen da waren jetzt keine großartigen fragen dabei deswegen gehen wir auch gleich weiter auf das nächste video am mittwoch eine folge die mir relativ wichtig ist thema carbon oder aluminium rahmen wieder auch bis die überlegung vor dem kauf was möchte ich mir einfach gönnen und wo möchte ich einfach auch ein ganz klein bisschen hin oder was brauche ich eigentlich auch und was ist auch thema wiederverkauf und solche geschichten und das waren in der folge so ein bisschen meine themen aber ich glaube die meisten machen sich auch nicht wirklich die meisten größten gedanken sondern geht in den bike shop holt sich ein fahrrad und nimmt halt was vielleicht auch da ist schlechte idee deswegen der werkstoff die auswahl des werkstoffs ist eine ganz unwichtig um sein richtiges fahrrad für sich und seine gegend einfach zu finden auch übrigens lasst noch ein kleines abo da und lasst noch ein like da man könnte auch keine weitere folge hier auf dem kanal verpassen coole geschichte haut einfach mal rein am donnerstag eine folge für mich ein bisschen herzensprojekt ist was natürlich einen riesen aufwand dahinter darstellt eine ladestation für kleine access akkus finde ich eine super spannende geschichte auch mal ein bisschen eine folge machen ein bisschen weiter weg von vielleicht dem klassischen bike video jetzt immer noch die werkstatt aber einfach ausstattung und thema ordnung halten in der werkstatt es sind nämlich projekte die ich super super gerne mache die ich auch für mich einfach mal gerne mache die aber einen relativ großen aufwand bedeuten das ist einfach schlichtweg deswegen kommen von den folgen ganz klein bisschen weniger raus hat auch grund nummer zwei die few zahlen auf diesen folgen seien die allergrößten obwohl sie vom aufwand her eigentlich relativ groß sind aber deswegen ich mache es super gerne weil es mir einfach wichtig ist auch mal eine folge zu machen die weg ist von jeglichem kooperationsvideo weg ist von einfach nur sachen die ich für mich persönlich gerne haben möchte und dazu gehören diese themen diy aber auch dieses kleine access ladestationsgerät an der french gliedwand hat echt bock gemacht war auch ein cross over projekt auf meinem diy kanal also sprich es waren zwei folgen folge 1 lief auf dem diy kanal mit den fräsarbeiten folge 2 lief hier auf dem bike kanal mit der ausstattung der komponenten und auch warum ich diese komponenten einfach genommen habt ihr drauf fahren spannende geschichte hat mir echt bock gemacht war für mich ein projekt was auch schon mehrere wochen bei mir ein bisschen im hinterkopf lag und endlich verwirklicht werden konnte jetzt kommen wir zum hauptbrocken diese woche wobei wir machen noch das video samstag fertig bevor wir donnerstag zum freitag übergehen samstag kleines produktvideo werkzeugtipp mini kompressor zum mitnehmen ich finde es immer ganz cool einfach auch mal ein bisschen so in die richtung zu gehen braucht es ja eh dann kann man es auch in einem video euch zeigen und dann euch damit reinnehmen an produkte die ich einfach dann habe und auch einfach nutzen werde dieses jahr oder nächsten jahren wie auch immer das thema werkzeugtipps da wird aber auch noch rauskommende folge irgendwann mal nächste ein zwei wochen was wurde eigentlich aus weil auch spannende themen mit sicherheit noch da sind jetzt kommen wir aber zum hauptthema der letzten woche hier auf dem kanal und auch ein bisschen emotionalste geschichte bosch update bosch brachte ja ein update raus für smart system wieder mal kein großes ein echt ganz kleines update hat aber in vielen kommentaren dann doch relativ große wogen geschlagen oder auch sogar in e-mails bis zu mir durch ging hier einfach darum um das thema rerouting wenn man seine touren aus dem gewissen aus dem gewissen fremdanwendungen importiert sei es als gpx file oder auch aus komod dann gab es da problem mit dem rerouting also zurückrouten auf die eigentliche route wenn ich mich verfahren habe ja ich weiß da kann man schon mal einsteigen auf das thema dass mit der bosch navigation des rerouting bei geplanten routen aus dem bosch universum auch schon immer mehr oder weniger gut gelaufen ist da war schon immer funktionalität da nicht rund aber sie war da und aber es gab im import von routen aus ex aus anderen anwort aus anderen anwendungen die geexportiert wurden da war ich gerade schon im kopf ab und zu probleme jetzt wurden in dem update behoben einmal dieses rerouting aus exportierten routen dann oder importierten routen in die software in die bosch welt aber auch noch ein bisschen kleinigkeiten war nichts großartiges hat soweit gepasst in den kommentaren das video hieß ja von mir ganz einfach warum nicht schon wieder warum schon wieder navigation bosch das meine ich auch genau so wie ich es geschrieben habe das ist mein persönliches problem mit diesen ganzen bosch updates derzeit dass die wirklich in diese kerbe navigation reinhauen und nicht breiter irgendwas tun man kann ja gefühlt sagen jedem update von bosch ist irgendwas navigation dabei ist ja löblich alles gut cool macht ja sinn nur müssen ehrlich sein das müssen alle käufer von dem fahrrad auch mitfinanzieren weil es ja im paket verkauft wird und ob die bosch navigation wirklich so ein großer schlager wird das weiß ich nicht weil hier auf dem land können wir schon mal sagen zu ein paar kommentaren warum bist du jetzt kein freund der bosch navigation ganz einfach weil viele wege trails und co die alle legal sind sind in diesem bosch kartenmaterial einfach nicht drin das ist mein riesenproblem und die ich auch im alltag jeden tag fahre und es sind dinge die mich einfach ein ganz klein bisschen stören an dieser navigation klar es gibt wenn ihr wirklich in einer großstadt wohnt habt eine wunderbare radinfrastruktur das kartenmaterial stimmt mehr oder weniger auch überein mit euren gegebenheiten dann ist das alles cool gar keine frage das passt das problem ist aber hier auf dem land im schwarzwald wo der radweg der forst mit drin liegt legal und einfach auch gewollt und ausgeschildert da ist der forstweg der radweg auch der offizielle da fehlen mir einfach halt strecken in der bosch navigation deswegen ist für mich das tier bosch navigation raus und da der vorwurf in manchen kommentaren du bist ja gar nicht am thema dran du fährst ja gar mit bosch navigation ich mache es mal zum test gelegentlich ja nur ich weiß genau wenn ich sie anschmeiße und eine tour übernehme aus kommod oder aus einer fremdanwendung dann habe ich im kartenmaterial schon fehler drin oder navigation weil sie strecken die ich in kommod habe oftmals in bosch gar nicht gibt das ist mein problem da dazu warum ich mit dem thema nicht wirklich warm werde und ich muss auch eins sagen ich habe ja wenn ich eine tour in kommod plane warum soll ich deine tour aus kommod exportieren und in bosch quasi importieren warum soll ich das tun wenn ich dann eh mein smartphone ja auf dem lenker brauche alles schick klar ich habe keine anzeige dann auf meinem kiosk display oder auf meinem kiosk 300 oder 500 display ja das mag sein brauche ich aber auch nicht wirklich weil die anzeige ist für mich auch zu rudimentär da gehört wirklich was gemacht von bosch dass da ein bisschen mehr daten da wären und auch eine kleinere oder größere karte sichtbar wäre das wäre cool deswegen auch meine gedanken da dazu ich würde mir viel lieber wünschen in vielen updates dass da ein bisschen mehr mit gemacht wird zum thema automatisch schalten mit ihrem access wäre ein wichtiges thema denke ich mittlerweile mal und nicht nur nischenprodukt schaltungen ins bosch universum mit reinzunehmen ich weiß die kommentare laufen wieder voll warum kannst du sagen dass meine schaltung nischenprodukt ist einfach produkte die werden verkauft im millionenbereich werden verkauft halt nur im tausenderbereich da muss man halt einfach mal nachgucken je nachdem was vielleicht auch der markt mehr möchte oder verkauft hat dazu die gedanken von mir aber auch ein paar kommentar stand drin ich habe schon als user an bosch x e mails geschrieben und bekam nie eine antwort zurück mit meinen wünschen mal ehrlich bosch bekommt jeden tag zig hunderte und tausende wahrscheinlich an e mails mit neuen produktverbesserungen von usern die können nicht auf alle e mails antworten das ist einfach schlichtweg nicht möglich da der bosch support an sich ja schon gar nicht antworten kann auf hilfe anfragen oder probleme die sie haben dann denke ich werden sie wahrscheinlich auf so meinem gefühl nach realistisch gesehen auf irgendwelche e mails mit irgendwelchen wünschen zu neuen featuren und co mit sicherheit wahrscheinlich nicht wirklich antworten davon kann man ausgehen und da sehe ich jetzt auch nichts problem drin also da habe ich schon längst mal abstand gehalten dass ich bosch da irgendeine guten tipps schreiben würde weil die tun was halt strategie ist und was halt auch nachher wirtschaftlich funktionieren könnte wird vielleicht muss man sich einfach auch ehrlich sein für mich ist aber auch das thema navigation nochmal zum abschluss des themas warum ich mit dem thema nicht so wirklich warm werde auf dem bosch smart system auch für mich ein großes problem ich fahre auch von anderen radfahrern die nicht unbedingt ein bosch smart system fahrrad haben die aber dann vielleicht ein jamaher haben vielleicht auch noch mal ein shimano aber auch ein biobike ist bei meinen mitfahrenden ab und zu dabei und da kann ich halt wenn ich kommode auf dem lenker habe und die haben auch kommode davon geht man einfach danach aus da kann man auch touren austauschen und die haben alles gleiche kartenmaterial auf dem lenker und alle haben die gleiche tour wenn aber dann einer seine tour aus kommode in bosch smart system importiert dann habe ich das problem dass das kartenmaterial nicht deckungsgleich ist und einer hat eine andere tourenführung es dumm läuft es ist einfach blöd deswegen für mich das thema navigation die wo alle alleine fahren das haben auch genau in den kommentaren raushören können alle user die oftmals touren allein fahren finden es cool dass man mit bosch navigieren kann ist auch kein thema wenn es zu eurem fahrleben eurer gelege eurer gegend und co passt alles schick nur wenn man sobald man mit einer unhomogenen gruppe fährt die nicht nur bosch smart system fahrräder hat ja das mag es geben dann ist halt wirklich einfacher man hat ein system was unabhängig davon funktioniert wäre schön gewesen wenn vielleicht mal bosch abschließend zum thema mit kommode vielleicht kooperiert hätte und sagt okay ich baue kommode in mein smart system universum ein als basis navi software und vielleicht ein bisschen mehr mehr wert auch für alle fahrer gruppen außen rum haken dran ans thema war eine sehr emotionale kommentarführung von euch aber da habe ich einfach eine festgefahrene meinung dazu weil ich natürlich auch oftmals genügend probleme erlebt habe da damit deswegen ist halt so und man muss ein bisschen unterscheiden ich weiß nicht wie viele die die kommentare geschrieben haben wie toll dieses navigationssystem ist wo wohnen sie was haben sie von der verkehrsführung und wirklich wie oft haben sie schon mal ausgefahren dass sie auch mal in kritischeren wegführungs bereichen auf die nase geflogen sind das immer ganz cool wenn die kommentare geschrieben werden wo wirklich auch rahmen parameter dabei stehen zum beispiel wo fahrt ihr was fahrt ihr wie oft fahrt ihr was für ein fahrrad habt ihr da kann man ein bisschen einstufen den kommentar in welche richtung manche gedanken einfach gehen wäre wichtig coole geschichte und zwar diese woche hier auf dem kanal doch ganz schick klein ausblick was so alles ein bisschen kommen wird und was ich mir für gedanken gemacht habe zum thema auch produkt videos oder was ich mir holen möchte esqlab hat eine neue sattelserie am start eine clip on finde ich super super spannend da ich esqlab sattel super gerne fahre schon seit mehreren ja wochen monaten jahren bald schon jahren kann man sagen gibt es wieder eine neue serie wo man dieses cover also den eigenen satteloberteil mit dieser technologie auswechseln kann ob man jetzt ein mountainbike oder ein tourensattel haben möchte oder oder und das ist quasi ein grundrahmen wo man es quasi drauf klipst super coole geschichte freue ich mich drauf werde ich auch mal schauen was daraus machen können zum thema sattel sattelbreite ergonomie ist ja auch ein ganz ganz großes thema wo mit sicherheit viele auch keine große gedanken drauf geben aber halt das ist für mich so der punkt ist wir haben am bike nur eigentlich zwei bis drei kontaktpunkte das ist einmal der sattel im poppes so dann haben wir einmal die füße und die pedale und die hände am lenker das sind die kontaktpunkte und ich glaube die dürften in dem thema ergonomie oftmals auch ein bisschen mehr wertschätzung erfahren thema sattel gucken wir uns auch noch mal an aber auch nächste woche wird man der gedanke meine ersten drei vier fünf wochen erfahrung zum thema ketten wachsen heiß wachsen ich nur sagen bisher alles ganz schick schauen wir uns aber noch mal detailliert den nächsten tagen und ja auch noch mal ganz klein bissel an aber auch thema helm liegt vor mir zum thema ausstattung so ein teil wo ich sage ich mache dieses video eigentlich alle halbe jahr über das thema helme hole ich mir auch mal gerne neuen helm aber auch zum zweiten sehe ich immer wieder viele rumfahren ohne helm das coolste ist einfach familienvater und mutter hat kein helm auf und die kinder haben ein helm auf was soll das thema vorbildfunktion dann sind einfach allen helm auf und die frisur leidet da auch nicht so also das verstehe ich nicht wirklich muss ich ganz ehrlich sagen aber auch thema helm man legt sich doch mal ab also muss sagen so einmal im jahr hat man sicherheit mal einen kleinen sturz und da ist der helm einfach eine gewisse lebensversicherung und da gehört er einfach hin werden wir nächste woche auch ein bisschen uns anschauen warum ich mir genau diesen hier den fox speed frame pro geholt habe wieder muss ich ganz ehrlich sagen für mich ein cooler helm schauen wir uns aber genauer an warum es genau dieser helm wurde schauen wir mal drauf was damit los ist dann aber auch noch thema werkzeug tippen werden gucken oder wir gucken generell zum thema verschleiß von bremsscheiben und co gucken wir noch ein werkzeug wieder drauf wie man das messen kann wie man gucken kann wie die bremsscheibe noch okay ist und wie man auch vielleicht die bremsscheibe nicht fahren muss bis ans bittere ende und bis sie bricht und dann eine massive bremsung den berg runter mit dem sturz passieren könnte wenn die bremsscheibe nämlich bricht das schauen wir uns auch nächste woche noch ein ganz klein bisschen an in einem werkstatt video also die woche nächste woche ist pickepacke voll und dann gehen wir auch noch rein ins thema ein bisschen klamotten zum biken so must have die man ab und zu ein bisschen braucht nice to have oder must have wie auch immer wenn man das sehen möchte schauen wir uns auch noch ganz klein bisschen an aber auch noch ins thema diy gehen wir wieder rein auf einen anderen kanal von mir könnt ihr auch schon beide kanäle unten auschecken weiter mal gucken zum anderen projekten was ein bisschen mein alltagsleben auch oftmals noch im bereich heimwerken und diy und co ein klein bisschen beschäftigt hat das war ein pickepacke vollen ja kann man sagen woche vor uns oder wochen vor uns auf die man klein ein bisschen einsteigen möchten ich freue mich riesig drauf euch da mit rein zu nehmen auf ein paar viele coole projekte und dann schauen wir auch noch was bosch uns raushaut mit neuen updates und co wieder ein mega cooler kommentarfluss dann unter den videos auch auf einer sehr emotionalen ebene stattfinden kann noch eins abo da lassen like da lassen und bis zum nächsten mal macht's gut und bis dann tschau